Roland Pechel, IT-Presse, jetzt habe ich wieder versucht, das ist mit Teilvorlastlast, wer Fußpital ist und wer schlecht ist und jetzt bin ich hier von Trage-Münde, genau, und habe hier eine Anzeige von 8,0. Andere muss ich erzählen, das ist praktisch bei Ding, weil Hamburg hatten wir in der Stadt 15 teilweise, Verbrauch 15 Liter, also unfassbar eigentlich, aber es ist so.